Gut, dann haben wir ja wieder die Jahreszeit, wo im Blick TV Tamara Sedmak, Prominente, fragen, ob sie in einem Auto schon mal Sex hatten. Und immer wenn das passiert, wissen wir, der Genfer Autosalon ist eröffnet. Also Tamara Sedmak ist auch ihrem einzigen Thema auch in diesem Jahr treu geblieben und hat zum Beispiel Anatole Taubmann gefragt, zu welchem Thema jetzt schon wieder, Mike? Sex. Genau, fast hätte ich es wieder vergessen. Wir schauen dir schnell zu. Sex im Auto habe ich ... Schon gehabt. Und wie war es? Ähm ... im Moment ... sexy, aber dann auch unbequem. Egal. Kupplingstört. Ja, du kennst es. Okay. Also, ich ... mich nimmt einfach Wunder, wie liegt die Frau im Auto, wenn sie beim Sex durchs Kupplungspedal gestört wird? Nein, 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 das ist jetzt das Problem. Ihre Kupplung stört. Oh, 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 natürlich. Ich weiß die, wo schläft. Oh, okay, gut, nice. Also, gut. Dann ...